Böse Steuerfalle für Rentner möglich, wenn diese die 300 Euro Energiepreispauschale gerichtlich einklagen wollen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1. September 2022 soll ja die Energiepreispauschale kommen. Die Energiepreispauschale gibt es für Arbeitnehmer, Beamte, Minijobber und so weiter. Millionen von Rentnerinnen und Rentnern werden nicht in den Genuss der 300 Euro Energiepreispauschale bekommen. Viele Proteste, die hier in der Vergangenheit durchgeführt haben, haben leider keine Wirkung gezeigt. Der VdK hat sich das zum Anlass genommen und hat gesagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir klagen jetzt im Wege eines Musterstreitverfahrens die Forderungen für Millionen Rentnerinnen und Rentner ein. Das heißt also, der VdK will so auf seiner Internetseite vom 10.06.2022 nachzulesen im Wege eines Musterstreitverfahrens die 300 Euro Energiepreispauschale für alle Betroffenen einfordern. Ich sage eine gute Sache, gar keine Frage, aber der VdK sagt auch, die Energiepreispauschale bekommt jeder Rentner oder jede Rentnerin nur dann, wenn er eine Steuererklärung abgibt. Und genau hier können Sie die Büchse der Pandora öffnen. Und deswegen sage ich Ihnen, bitte lassen Sie erst einmal die Hände davon, dass Sie hier blind sehend irgendwelchen Forderungen aus dem Internet und irgendwelchen Meinungen aus dem Internet folgen, sondern prüfen Sie bitte, ob Sie nicht möglicherweise in eine ganz böse Falle laufen, wenn Sie nämlich jetzt auf einmal eine Steuererklärung machen und Ihre 300 Euro Energiepreispauschale abfordern. Denn das Finanzamt sitzt dann da und reibt sich die Hände und wird dann sagen, aha, jetzt haben wir wieder den nächsten gefunden. Denn das Finanzamt kann nämlich rückwirkend Steuern festsetzen und das kann richtig böse teuer für Sie werden. Vor allen Dingen dann, wenn Sie in der Vergangenheit gar keine Steuern gezahlt haben und keine Steuererklärung auf Ihre Renteneinkünfte abgegeben haben. Und genau das würde nämlich im Einzelfall dann auch passieren, wenn Sie sich praktisch dieser Forderung anschließen und sagen, okay, ich will jetzt die 300 Euro Energiepreispauschale haben. Also meine Bitte, bevor Sie das machen, prüfen Sie ganz genau ab, ob sich der ganze Spaß für Sie wirklich lohnt oder ob das nicht für Sie ein finanzielles Desaster wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.